Die Angst vieler Menschen, in der Pension nicht von ihrem Geld leben zu können, ist groß. Mit der Streichung der 15 besten Jahre und der Einführung der Lebensdurchrechnung wurde dieses Problem noch verschärft. Die negativen Auswirkungen der Pensionsreform 2003 werden erst jetzt spürbar. Wir sind der Meinung, dass die Politik die Verpflichtung hat, Menschen vor Altersarmut zu schützen. Darum braucht es eine dringende Gesetzesänderung. Aus diesem Grund starten die ProG-Frauen die Kampagne Best of 15. Dafür erheben wir unsere Stimmen.